Hallo Kinder, willkommen bei den VeggieTales. Ich bin Bob Tomate. Und ich bin Larry Goke. Und wir sind hier, um eure Fragen zu beantworten. Hey Bob, erinnerst du dich an die Ballade von Little Joe? Äh, ja. War das nicht eine tolle Show? Und wie Larry, die war wirklich spitze. Einen guten Western muss man lieben, nicht wahr? Also, lieben ist übertrieben, würde ich meinen. Aber ab und zu gucke ich mir gern einen Western an. Toll! Der heutige Brief kommt von Wiegald Thomsen aus Potsdam in Brandenburg. Wiegald schreibt, lieber Bob, lieber Larry, bringt ihr eine Fortsetzung von die Ballade von Little Joe? Euer Freund Wiegald. Äh, Larry, das ist ja ganz nett, aber wir beantworten nur Briefe von Kindern, die ein Problem oder moralische Sorgen haben. Somalische was? Lass das, du weißt doch, und schreiben Kinder, die nicht wissen, was richtig oder falsch ist, die Hilfe brauchen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Na bitte! Also sag ich Wiegald, eine Fortsetzung von Little Joe ist genau die richtige Entscheidung. Aber, äh, steht in dem Brief irgendetwas über Schwierigkeiten mit seinen Eltern? Oder hat er etwa Probleme in der Schule? Nein, aber jetzt, wo du es sagst, ich erhielt diesen Brief von Herrn Samuel Thorberg aus Hamburg in Hamburg. Hi, Bob und Larry. Ein Sonderangebot für Prominente. Ab sofort gibt es für euch einen Spezialkredit mit fast 0% Zinsen. Wer sortiert deine Briefe? Keine Ahnung. Schon gut, Larry. Ich bin sicher, dass eine Fortsetzung von die Ballade von Little Joe ganz schön wäre, aber, äh, hör dir das an. Lieber Bob, lieber Larry, ich streite mich oft mit meinem Bruder. Ich habe diese Woche in der Kirche gelernt, ich soll liebevoll, fröhlich, friedlich, geduldig, nett, gut, sanft sein und mich beherrschen. Ich weiß, dass Gott möchte, dass ich so zu meinem Bruder bin, aber ich glaube, ich bin nicht stark genug. Was soll ich tun? Eure Freundin Elisa. Verstehst du, Larry? Solche Briefe beantworten wir in unserer Show. Äh, warte mal. Ich habe die perfekte Geschichte für Elisa. Äh, du hast... Bist du sicher? Ja, es ist die Geschichte von Mo und dem großen Auszug. Äh, Mo und der große Auszug? Oder, wie die Indianer sagten, oh, du Fremder. Jedenfalls ist es Little Joe Teil 2. Film ab. Wow, Larry, du hattest recht. Das war die perfekte Geschichte für Elisa. Siehst du, habe ich doch gesagt. Was für eine tolle Geschichte über die Stärke Gottes und wie gut es ist, seinen Worten zu glauben. Was sagst du? Du, du weißt schon. Gottes Stärke. Die Grundaussage der Geschichte? Oh, ja, aber ich meinte die mit dem Bruderstreitenangelegenheit. Elisa hat ein Problem, weil sie sich mit ihrem Bruder streitet. Genau wie Mo. Nicht ganz. Meistens streiten die Brüder mit ihm. Worauf willst du hinaus? Naja, Elisa braucht einen großen Stock. Was redest du da? Ja, dann lässt ihr Bruder sie bestimmt in Ruhe. Meinst du nicht auch? Nee, du verstehst überhaupt nicht, worum es hier geht. Jetzt besprechen wir, was wir heute gelernt haben. Und solltest du vom Thema heute betroffen sein, sieh mal in die Bibel rein ins Bibelbuch. Wenn ein Stock nichts hilft, könnte ein Felkerball helfen. Nein. Ich weiß, dass Gottes Wort dazu was sagen kann. Und nach dem Song weiß ich dann, wo ich nach suche. Larry, das war die perfekte Geschichte für Elisas Frage, denn es ging um die Kraft Gottes und darum, dass man seine Anweisungen befolgen soll. Als Mo es auf seine Art versuchte, machte er alles nur noch schlimmer. Ja. Um sein Volk zu befreien, musste Mo sich auf Gott verlassen und sich an seinen Plan halten. Oh. Ja, das wurde auch angesprochen. Mal sehen, ob Quirti heute einen Vers für uns hat. Also können wir Gott zu Hilfe rufen und uns an seine Anweisungen halten, wenn wir etwas allein nicht schaffen. Genau wie Mo. Cool. Liebe Elisa, du hast recht. Du bist nicht stark genug, um alles zu tun, was Gott von dir möchte, genauso wie Mo. Aber genau wie bei Mo kann Gott auch dir die Kraft geben, zu tun, was er sich von dir wünscht. Wenn du deine Kraft aus Gott schöpfst und dich an seine Anregungen hältst, wirst du erstaunt sein, was du mit seiner Hilfe schaffen kannst. Und wie galt. Du hast um eine Fortsetzung von Little Joe gebeten und schwupps, da war sie. Zwei in einem. Was sagt man dazu? Weißt du, die Geschichte von Mo erinnert mich sehr an die Geschichte von Moses aus der Bibel. Oh ja. Jetzt, wo du es sagst? Aber unsere war ein bisschen anders. Auf eine Wildwestart anders. Yippie jäh. Kinder, unsere Zeit ist für heute abgelaufen. Nicht vergessen, für Gott bist du jemand ganz Besonderes. Und er hat dich sehr lieb. Bis bald. Bis bald. Bis bald.